Hallo und willkommen zu dieser kurzen Anleitung. Es geht um das Setup der BL-Heli Suite für BL-Heli 32. Wer eine Chrome App bzw. Extension für BL-Heli Suite 32 sucht, wird nicht fündig. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt nur einen nativen Konfigurator. Gehen wir kurz gemeinsam durch, wie man zu der Software kommt. Beginnen wir, indem wir die aktuelle Version von BL-Heli Suite von der Website www.bl-heli-32.com herunterladen. Die zum Zeitpunkt des Videos aktuelle Version ist die BL-Heli Suite 32302. Es handelt sich um ein ZIP-File von ca. 5 MB Größe. Es gibt noch zwei weitere Dateien, die Beta brauchen wir in der Regel nicht und BL-Heli Suite 16 irgendwas wäre auch die falsche Version für unsere Zwecke. Wir laden also die BL-Heli Suite 32 herunter. Den Inhalt extrahieren wir in einen Ordner der Wahl. Von dem extrahierten Verzeichnis aus starten wir die EXE-Datei BL-Heli Suite 32.exe. Wir können uns auch einen Link auf die EXE-Datei auf den Desktop legen und oder die Applikation an die Taskleiste pinnen. Das war es an sich zur Installation. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie die ESCs verbunden werden. Öffnen wir die BL-Heli Suite und verbinden den Flugcontroller. Im Gegensatz zum Flugcontroller benötigen die ESCs die Akkuspannung. Der Port ist der gleiche wie für die Flugcontroller-Konfiguration und vor dem Verbinden wählen wir im Menüpunkt Select BL-Heli 32 Interface die Option M für Clean Flight Beta Flight aus, weil unser Signal eben durch den Flugcontroller geschleust wird. Das geht bei Beta Flight ab der Version 3.2. Mit Connect verbinden wir uns mit den ESCs und können mit Check nun die Informationen von den ESCs abrufen. Mehr ist es nicht. Das Flashen der ESCs bzw. was die einzelnen Optionen bedeuten, gehen wir im folgenden Video durch. Also bleibt dran, ich freue mich über Kommentare und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr den Channel abonniert.